Und damit herzlich willkommen zurück zu Borderlands 1 mit Kishi und Freddy Moin Und dem Fisch Und dem Fisch Wir haben hier gerade eben schon 4 Leute getötet oder so Und jetzt müssen wir Zünder A, Zünder B und Zünder C platzieren Nachdem wir letztes Mal so prop aufgehört hatten Ah? Freddy? Haben wir nicht Halt die Schnauze, ich spiel wie ich will Wie war das nochmal? Wie war es nochmal, dass ich einfach kasten? Nee, ist ja Fescher Fescher Ich spiel gerade auf dem Revolver, das heißt wir müssen ein bisschen näher ran Ja, ich bin gefallen Ja, warum spielst du auch auf dem Revolver? Welche Revolver mag? Das ist eine Frage Danke Ich bin so ein bisschen auf dem Maul geflogen Ähm, ich trinke übrigens nebenbei Apfelsaft, deshalb werde ich ein paar wenige unangenehme Rollstift durchmachen Das tut mir leid Ah ja, ich trinke nebenbei Kaffee momentan noch und danach Tee? Energy Tee trinkt er, nein Tee Tee muss ich auch noch trinken Wofür? Mal wieder, wenn ich mal wieder hab Tee schmeckt geil Ja, aber nur grüner Ne, ich mag fast jeden Tee Was ist das? Achso, Hundefutter Das Problem ist, warum ich nicht so oft mit der Sniper spiele, weil ich einfach in Borderlands 1 voll nicht snipen kann Das ist einfach so richtig beschissen zu machen Achso, du willst mir sagen? Du hast es einfach nicht drauf Ja, genau das Genau das Wie schaffst du euch denn mit der Tank-Klasse zu stärken, Kyoshi? Weil er nicht reinrennt Ich raue noch nebenbei, ich bin noch nicht so konzentriert Ich bin der Plane, du musst Konzentration sein Ich muss Konzentration sein Also hier stirbe ich nun mal so Ah no KS Report KS, weil ich zuerst drauf geschossen hab, richtig? Ja Ich hab zuerst drauf geschossen Ja, hier ist Revolver-Munition, wenn du brauchst Nee Boah, mein Schreibschuss ist schon wieder so unglaublich vollgestellt Wer hat sich gerade getroffen? Wir schießen wie der letzte Mensch Ja, der da oben Wer, wo? Ach, der Pischer Der Pischer Nein Nee, ich traf ihn damit nicht Gut zu wissen Dann sollte ich vielleicht mit der anderen Waffe schießen Ah Er ist tot Er ist tot Er ist tot Das ist gut Boah, ich brauche unbedingt eine LMG, die nicht Äh Äh Burst Shot hat Meiner hat keinen Burst Shot Ich hasse Burst Shot Was bist du? Was zum? Ihhh Äh, hier draußen ist ein Schläger Hm? Hier draußen ist ein Schläger Oh Ist ja süß Ist ja süß Hundenknall harter Psy Noch Äh, schfack denn Der Puckpack hat mir so ein bisschen rum Der Puckpack hat mir so ein bisschen rum Der Puckpack hat mir so ein bisschen rum Oh, ne ne Die Kischi Ach, wahrscheinlich den Kischi Der Kischi Shotgun Ja, die Shotgun ist recht hart Ja, der Kischi schießt ihn einfach so sieben Kilometer weit weg Ja, in etwa Es trifft es recht gut Nein, eigentlich ist es mir Ich will meine Shotgun gar nicht Ich will meine Shotgun gar nicht Ja, ich, 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 ich Zusammenhalt nicht jeden Scheißloot auf Ich will auch ein paar Gegner mal bekämpfen Ja, okay, kann ich einfach stehen Ja, so lange er irgendwo steht Wo auch ein Sniper stehen sollte Aua Das ist ja auch ganz gut Alter, die Sniper ist auch richtig geil Oh, erstmal ein Sniper mit 200 Scheiß Oh, nehm sie halt einfach mit, okay? Scheiße, Scheiße Hau Tobiasi Er hat einfach verdampft Hier, komm her Freddy Ne, ich brauch die nicht Brauchst du nicht? Weiß ich nicht Okay, dann nehm ich die Ich hab noch mal nen Revolver Ach, die ist eh erst für Level 19 Oh Geishi Weißt du noch, du hast ne Ulti Ja, stimmt Ich hab da ne Ulti Ja, das war ja was Wieso ist es ja auch nicht einfach wenn du direkt tot bist Sondern wenn du noch ein bisschen Leben hast, ne? Ja, ich weiß Wie jetzt zum Beispiel Wo ist denn die? Hef Ah, danke Das fragst du wirklich Jede Runde nochmal Ja Ich kann's mir nie merken Ach, dieses Scheiß Geschütz schon wieder Wir sind ein Soul-Drifle Ich zieh mal Aco an mich Bin gefallen Die helfen Kishi aber Da ist Gravit Betroffen Mg ist ausgeschaltet Schön Kishi wird geholfen Ein schlechtester Shower Driver Dann skillen wir jetzt nochmal das hier Uhhh Mg Mg Kishi ist schon wieder tot Ja, deswegen renne ich nicht so gerne rein, weil ich dann dauernd aufs Maul fliege Weißt du, du musst ja auch nicht dauerhaft rein, dann kannst du einfach taktisch rein werden, das heißt... Ah, fuck, hier sind viel zu viele. Als ob ich hier taktisch in einem Shooter, ob ich da taktisch spiele. Ein einziges Shooter, nehm ich taktisch spiele, ist SWAT. Das ist ja auch kein richtiger Shooter. Hä? Das ist ja auch kein typischer Shooter. Ja. Und SWAT hält so nichts aus, muss daher taktisch vorgehen. Dein Ernst, ich kann nicht sagen... Wie bist du an den noch... Kisch, du darfst jetzt nie mehr sterben, ich kann ihn noch mal wieder beleben. Du bist jetzt schon in einer Sekunde gestorben. Oh. Du musst jetzt erst mehr... Oh. Oh, nee. Nee. Nee, das ist schlecht. So, dann komm mal schnell mit nach oben, Kinders. Wir sprengen jetzt die Pipeline hinzu. Das wollte ich sicherlich auch aufnehmen, ne? Ja, ich hab den Einzünder auch schon. Wie schon mitkommen. Da ist ein kleiner Psychopath gewesen, der mich eingekriffen hat. Der ist One-Shot. Nicht mit der SMG. Äh, Freddy hier hängt ein richtig guter Revolver. Ich bin nicht so weit gesprungen. Das heißt richtig gut. Was war das? Ähm, 106 Schaden. Trich schlecht. Okay, dann nehm ich den mit. Die ist besser als alle meine Waffen. Danke, Kishi. Was? Du hast mich damit fast umgebracht gerade. Ich hab doch gar nichts gemacht. Du hast auf das Sprengfass da geschossen oder so. Hab ich gar nicht. Da stand gerade ein Sprengfass und deshalb bin ich da runtergeflogen. Aber ich hab nicht drauf geschossen. Doch, hast du wahrscheinlich nicht. Wenn, dann hab ich nur ungewollt vorher schon getroffen und es hat schon gebrannt. Damit du selber schon wieder dran vorbeiläufst. Okay, nachher sprengen wir das, kommt her. Ja, ich bin ja. Colin. Tschüss. So, dann raus mit dieser Quest. Kommen wir jetzt wieder raus. Das war eigentlich die einzige, die wir hatten. Ich glaub ich hab, ich glaub ich hatte Fawcink. Hab ich Fawcink an? Ich hab grad diesen Fluteering-Effekt. Ich guck mal kurz, ob Fawcink an ist. Ich mach Fawcink grundsätzlich aus. Ich nicht, weil der Teering-Effekt ist scheiße. Ich hab den nicht mehr gemerkt. Bei mir. An, 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 hoch, 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 ein, ein, ein. Also bei mir ist alles an. Bei mir auch, aber es gibt wohl kein Fawcink in dem Spiel, weil ich hab so einen Teering-Effekt ein bisschen. Ich merk gar nichts von. Also ich hab den erscheinend nicht. Ich hab so ein extrem nerviges Flackern auf dem Bildschirm. Kann aber auch sein, dass meine Augen einfach komplett behindert sind. Nee, das ist so, in der Mitte ist Bildschirm, flackern das bei mir auch. Ja, das ist voll zum Kotzen, Alter. Das ist ein Teering-Effekt. Wie flackert. Ja, man hat so einen Streifen, der durchgehend flackert. Das nervt ein bisschen. Nee, der flackert nicht durchgehend. Das ist, wenn du dich nach rechts oder nach links bewegst. Bei mir ist es nach oben und nach unten, aber okay. Ich hab gar nichts davon gesehen. Ja, wahrscheinlich hat dein PC einfach keinen Fawcink. Weil das ist ja vertikal, nicht horizontal. Ich komm jedenfalls auch ohne Fawcink, klar. Ja, ich komm auch ohne Fawcink, klar. Ist halt nur nicht so schön. Hm. Okay. Spritztour. Ähm. Zwei. Bei mir? Was? Warum schon wieder? Renn. Renn. Gucken wir, wie lange wir noch haben. Ist da eine Reihen da? Ne Spritztour drin rein, da? Elf Minuten aber noch. Oh ja. Ist doch nicht schlecht. Dafür brauchen wir jetzt einen Partner. So wie ich euch kenne. Ah. Tee. Tee. Ah. Apfelsaft ist übrigens super geil. Ja. Diese Explosionen verwirren mich. Ich denke immer, die sprengen mich dann weg. Schade. Es steht noch gerade. Ist mein Auto gleich wieder kaputt? Nein. Der Savoteur. Großartig, wenn ich das, wenn das, Bild ab, wenn das Geld nicht mehr fließt, können sich die Bastarde vom Banditen die Waffen nicht mehr leisten. Das wird sie mir vom Hals und aus Firestone fernhalten. Da kriegen wir einen Granatenmatt, den ich schon vorher immer hatte. So. Die nächsten sind alle noch hier in den Badlands. Da müssen wir dann auf der Karte weiter nach Robben. Mal auf der Karte. Aber Clapchap steht doch hier. Links. Was? Aber Clapchap steht doch hier. Irgendwie sollte der Fag-Fag heißen. Was ist das hier? Oh, ich bin gelevelt. Übrigens, wenn man beim Revolver nachlädt, dann zieht man kurz da den Hunden. Tötung des Feindes verringert die Abblinkzeit des Phasen-Walks. Danke schon. Projektil-Schadungen. Wollen wir Arena-Fight nochmal oder wollen wir jetzt erstmal normale Quests machen? Normale Quests würde ich fast sagen. Wurscht, das wurscht. Wurde hinten die ganze Zeit Schüsse. Ich hab nur zweimal geschossen. Zwei Kopf, äh. Jetzt sind wir zwei komplette Körperzocklassen. Oh, guck mal ins Gag-Welpe. Oh. Was bist du denn? Könnt ihr nicht ein Eis über mein verficktes Auto in Ruhe lassen? Haltab du Scheiße? Quisi, warte auf mich, bitte. Ähm. Ähm. Okay. Ja, ich warte auf dich. Au. Danke. Bitte. Ich hab' die Hand gefahren, GG. GG. Absolut, das Combat Rifle gibt es hier in diesem Bereich, okay, stimmt. Das war, auf der Xbox zu holen war echt ne Qual. Warum? Weil da hab' ich das allein gespielt und da war der Bereich, wo die Gegner extrem beschissen waren und ich war halt nicht so überlevelt, weil, ähm, Singleplayer levelt man langsam, hab ich das Gefühl. Kirschi der Held. Kirschi der Held. Kirschi der Held vom Feld. Ja, ich hatte übrigens kurz nen Kompletthänger. Ja, deswegen hab' ich auch nicht verstanden, was du gesagt hast. Achso, okay. Vielleicht häng' noch mal was. Jesus. Könnt ihr jetzt reinlaufen, damit ich mal in der Sniperposition stehen bleiben oder soll ich reinlaufen? Ja, warte doch mal. Ich wollt' nur noch schnell gescheit parken. Jetzt hau. Hey, du. Alter, die Sniper sind echt zum Kotzen hier. Toll, dass hinter uns n'n Gag ist. Ich muss hier rein. Nein, das ist tot. Kitsa. Oh. D. Combat Rifle. Den Griff hab' ich gefunden. Combat Rifle. Oh nein, das ist das hier. Fuck, dieser Wichser. Wo ist der Lauf? Hier sind wir letztes Mal so oft gestorben. Hier, ich nicht. Ich bin einmal, glaub' ich, gestorben. Ah, das war mein Kopf. Ah, das müsste... Na, das wird sich das ein. ...dau'ben sein, glaub' ich. Was ist du denn? Oh. Ich hab' eben einen Teil der Combat Rifle gefunden. Oh, gut, Moni. Und wie? Hier soll noch eins sein, oder? Eine Waffenpiste. Gehst du noch weiter runter? Fallen. Äh. Hä? 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 Was? Ich hab' ne Iridian-Waffe gefunden. Ja? Das ist das. Zeig' mal bitte. Ne Special. Ähm. Hast du dich schon aufgehoben? Ja, klar hab' ich dich schon aufgehoben. Natürlich, natürlich sammelt alles auf. Und dann sagst du, ich lauf' nur nach vorne, weil ich das loot will. Ja, klar. Man tust du ja auch. Nein. Ich hab' nie bestritten, dass ich das nicht tue. Ich hab' dich noch nie gesehen. Das ist ein Shotgun. Keine Munition. Irgendwo soll ich hier noch? Munition aufgebracht. Boah, die lädt' aber richtig lange. Ich geh' nicht so weit die Aussicht. Wenn die irgendwas macht. So, nimm mir das mal. Äh, Keishi, das ist ne Waffe für dich. 99 mal 8. Aber die braucht ziemlich. Das ist ne Waffe für dich. Das ist ein Shotgun. Äh, kann ich nicht einfach so machen? Nein, kann ich nicht. Okay, äh, pass auf. Ich werf' dir die Liebe da unten hin. Nicht, dass die durch den Boden glitscht. Oh ja, das wär' nicht so hammermäßig. Mit der Waffe ist, glaub' ich, ziemlich lang, so. Ich würd' ich sagen, wir fahren jetzt nochmal schnell zurück nach Firestone. Um die Fass abzugeben. Feuerstein. Fred Feuerstein. Guck, so schießt die. Oh. Ist halt ne Shotgun. So packt man übrigens richtig, Freddy. Schießt ultra langsam. Falscher Platz. Bist du noch da? Mhm. Da liegt sie. Oh. 99 mal 8. Zielgenauigkeit ist runter und Feuerrate. Alter. Ich hab' auch noch nie ne Eridian-Waffe gesehen. Größter Borderlands 1 nie gespielt so richtig. Stimmt. Stimmt. Ähm. Ja. Äh. Äh. Fuck it. Au. Das war mein Gesicht. Das hat gekitzelt. Unangenehm. Ich hab' gekitzelt. Hab' ich deinen Kitzler getroffen? Oder war das meiner? Tja. Das ist jetzt die Frage. Und das hat mich jetzt schon... Oh, come on, drive. Das ist voll von Arsch ist. Danke, Spiel. Bitte. Nein, Kirsch, du bist nicht auf dem Spiel. Haben wir das alle gekriegt? Ja. Oh, Kirschi. So, that's how people drive these days. That's how Kirschi drive. Kirschis Driver-Skills so amazing. Wow. Ich hätte mich da reingepackt, wie auch immer ich das geschafft hab. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt schon ein Ventilator. Hab' ihn. Au. Meiner. Lasst das bitte, Kirschi. Bitte. Danke. Kann ich gar nicht. Er will weiterfahren. Ja, eben. Kann ich ja nicht einfach stören. Oh, schöne Blutsfontaine. Ah, das wird sie gesagt. Wenn sie ihre Tage hat. Ah. Was hältst du davon, dass Shards of Grey im Kino laufen wird? Finde ich gut. Ich find's auch super, außer dass es in Deutschland laufen wird. Lauf bei dir. Der Film wird ab 18 freigegeben, wird zwei Szenen mit nackter Haut haben und ansonsten... Langweilig sein? Halt so'n... Ansonsten langweilig sein? ...so'n Drama-Scheiß. Also langweilig. Ja, genau. Der Film wird einfach nicht gut. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich werd' ihn mir angucken. Aber... So, das war die Quest. Dann machen wir jetzt noch Salz in der Wunde. Dann müssen wir die Schädel hier entfernen. Oh. Oh. Meiner? Weil die läuft natürlich wieder rein. Natürlich. Ich kümmere mich einfach um die Quest. Und ihr macht dann einfach irgendwas anderes. Haut du Sniper? Zum Beispiel gut einpacken. Nein, Kischi. Wir packen ihn wieder gut ein. Nicht wenn du fährst. Nein. Muss so. Versucht ihr einfach nicht zu sterben und ich mach die Quest. Okay? Okay. Also ich glaub, diese Waffe wär ziemlich gut für dich. Welche? Ja. Die Sniper, die ich hab. Die macht relativ viel Schaden und ist ziemlich genau. Ja, die macht auch einfach 60 mehr Schaden als meine Waffe. Ja, so kriegst du sie fertig. Wie ich einfach gar keinen Schaden beim Zuschlagen mache. Wie er gerade einfach gar keinen Schaden von mir bekommt. Ja, die sind hier aber auch extrem stark, die Gegner. Ja, verpisser. Die sind vier Level unter uns. Ja, aber trotzdem haben die über 800 Leben. Ne mega schlechte Combat Rifle, danke. Da bist du Freddy. Ich will die ganze Zeit auf Q droppen. Auf ne Q droppen? Was willst du darauf droppen? Beat? Ja, ja. Nein, Code droppen. Code droppen. Oh, hier sind noch zwei Snipers. Ja. Eine 79er und eine 56er. Nein. Kirschi rasselt erstmal komplett aus. So, wo ist denn die nächste? Mehrzweckgranaten. Hi, na? Na Kirschi, auf das hier? Ja, hin und wieder, du so. Boah, ich hasse die Karte, die man hat. Also dieses komische Hub. Hat's? Ja. Okay, da ist nur Muni drin. Das geht mir übertrieben auf Eier. Ich bin nur ein Schäde, der ist da oben. Wolltest du mich an den Sniper geben? Ja, die kriegst du gleich. Knibber. Aber nur wenn du nicht fragst, wenn du ihn bläst. Äh, mich lägst. Okay, all in. Na komm her. Na komm her. Heia! Boah! Ich hab gekocht, sorry. Wird er auf uns explodieren? Ich weiß nicht, warum ich explodiere. Krieg ich dein Alter? Ich hab das Gefühl, er wirft irgendwie da irgendwas auf uns. Oder so. Oh. Ähm. Ne. Welche Alter? Ich hab zwei. Ich hab einmal ne gute Alter und ne schlechte Alter. Gib mir die, die du mir geben willst. Fertig. Ja, die mit mehr Schaden. Aber deine hat, äh, nicht so ne gute Ziegenauigkeit. Also die ist echt... Also wenn ich damit treffen kann, Freddy. Dann muss die ja wohl Ziegenauigkeit. Ja, wenn du ne Gegner drin stehst. Nein, ich stand eben gerade ziemlich weit von denen entfernt. Hä, wo ist die? Eine Bruce McClane? Wie ist die? Äh, das war ne blaue Witchier Sniper oder so. Äh, ne grüne meine ich, die blaue. Blaue wär ja ein bisschen zu krass, die will ich die nicht geben. Äh. Ich hab keine grüne, nur ne Detonating Sniper. Äh. Ich üb ja dabei ein bisschen meine Parcourskills, wenn die irgendwelches Zeug macht. Sind sie der Reward hab ich hier noch, aber das ist auch keine. Hä? Keine Ahnung, ich hab den Namen vergessen. Äh, aber es war auf jeden Fall grün. Oh, ich hab Skilled. 100 Schaden oder 125 Schaden? Äh, 186 Schaden. Hab ich nicht. Ach, hab ich gleich eingesetzt, okay. Das erklärt so einiges. Ne, ist eine neue Quest übrigens. Oder? Oder? Hier. Oh. Da sind alle wieder weg. Na, Moment. Hä? Achso, ne, das war, das war einfach ne Fragezeichen. Ähm. Wir müssen jetzt, äh, Bruce McClain finden. Sollte ich langsam mal der Part vorbei sein? Okay, es ist jetzt vorbei. Was? Wollte ich sagen, ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschau, Leute. Haut rein, tschüss. Tschüss. So, noch rein direkt? Hm. Kishi? Ja, könnte man machen. Äh, halt, aber erst noch umändern. Ja, das ist klar. Aber. Aber ansonsten, klar. Ich hab mich grad auch einfach zum Fahrersitz, wenn Potiphal schneller ging. Äh, äh, Fraps. Ich war grad ein bisschen verplant. Change. Äh, bin nochmal kurz auf Klo. Okay. Part 13. Boah, ist das hier warm drin, Alter. So, ich hab gewechselt. Mach Fenster auf. Ne, ich muss grad noch meine Sachen trocknen. Ne, ich muss grad noch meine Sachen trocknen. Ja. Ich bin mal kurz auf von Kai.